Die dritte Liga live bei Magenta Sport, präsentiert von B-Win. Exakt zwei Monate nach dem erfolgreichen Aufstiegsrelegationsspiel gegen Wolfsburg II. Der Heimauftakt für die Zweitvertretung des FC Bayern München in der neuen Drittligasaison. Gegner der KFC Uerdingen, die zwei wertvollsten Mannschaften der Liga im direkten Duell. Aber die Bayern von Beginn an, Tonangebend, Oliver Batista Meier, 18 Jahre jung, dribbelt sich durch und scheitert letztendlich nur am Pfosten. Die Bayern zum Auftakt beim 1-3 in Würzburg, schon spielerisch auffällig, aber eben unglücklich mit dem Ergebnis. Das wollten sie nun natürlich ändern und sie machten einiges dafür. Züller steckt durch auf Oji Reid, aber Lukas Königshofer mit dem Gesicht ist er im Weg. Aber dann wurde er doch überrumpelt, genauso wie seine komplette Mannschaft. Schnell ausgeführter Freistoß, Oji Reid frei im 16er mit dem 1 zu 0. Wels Müller schaltet hier blitzschnell, Uerdingen im Tiefschlaf und Reid erzielt sein zweites Saisontor. 24. Minute die verdiente Führung für den FC Bayern. Von Uerdingen kam nichts und zu allem Überfluss dann diese Aktion. Kurz vor der Pause, Dennis Daube hatte schon gelb und für dieses Einsteigen sieht er folgerichtig die gelb-rote Karte. Ein überhartes Einsteigen, für das man auch glatt-rot hätte zeigen können. Trotz Unterzahl, Uerdingen gefährlich mit einem Standard. Großkreuz mit der Flanke auf Frank Eviner. Die Bayern-Leihgabe macht den Ausgleich völlig überraschend zu diesem Zeitpunkt und hochgradig unverdient. Aber emotionsgeladen dieser Treffer für Eviner. Auch für ihn das zweite Saisontor. Er kann zum Shootingstar werden in dieser Drittligasaison. Hasan Salihamidzic auch dabei, nickt die Leistung der Bayern durchaus ab. Und nach dem Seitenwechsel machen die genauso weiter. 57. Minute Oliver Batista Mayer, die erneute Führung für die Bayern. Wieder eine Standardsituation, die Uerdingen zu Verhängnis wird. Viel zu viel Platz für Batista Mayer, aber auch ein fantastischer Schuss. Die Bayern kontrollierten die Bötzig auch in der Folge mit einem Mann mehr. Uerdingen hatte eigentlich überhaupt nichts im Spiel. Bis in die vierten Minute der Nachspielzeit. Nochmal ein Vorstoß des KFC über die linke Seite. Der Ball rutscht durch zu Aigner und dann Lars Lukas Mayer auf der Linie. Rettet den Bayern die drei Punkte. Ein hochverdienter 2 zu 1 Erfolg für die Bayern nach einer sehr ansprechenden Leistung. Ich glaube, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Und dann, wie auch gegen Halle, werden wir dann ein Stück weit zu passiv. Lassen uns zu weit hinten reindringen und können dann für zu wenig Entlastung in der Offensivphase sorgen. Dann wird es halt schwierig, weil man nur hinterher rennt. Das ist wahrscheinlich der einzige Spieler, von denen ich das gönne, dass er ein Tor macht. Aber am Ende hat es halt leider nicht gereicht für ihn, sondern für uns. Und ja, wir schauen nach vorne, wollen einfach so weitermachen. Und jetzt haben wir mit dem Sieg drei Punkte erfahren im zweiten Spiel und hoffen, dass es so weitergeht. Oliver Batista Mayer und Frankie Wiener. Zwei Spiele, an denen wir noch viel Vergnügen haben während der Saison. Die Bayern und auch der Kfz Uringen nach zwei Spieltagen jetzt mit drei Punkten.